Brief an Willibald Pirckheimer, 25. April 1506 Meldet mir unserem Prior meine Ergebenheit. Sagt ihm, dass er Gott für mich bitte, dass ich behütet werde, und insbesondere vor der Syphilis, denn ich weiß nichts, was ich jetzt mehr fürchte, denn fast jedermann hat sie. Viele Leute fressen sie ganz auf, dass sie daran sterben.